Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. So, wir haben jetzt das Add-On allgemein besprochen, wir haben den Patch 22.6 besprochen. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie und knöpfen uns als erstes das neue Schlüsselwort kolossal vor. Ich finde das Highlight des Add-On bisher. Insofern, wir sehen uns in wenigen Sekunden. Bis gleich. Ja, Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Also, wir besprechen einmal das Wort kolossal. Die Karten sprechen wir ein bisschen durch, ist logisch. Wir werden die Karten nochmal einzeln besprechen in der Kartenbesprechung. Aber natürlich macht es jetzt auch Sinn, dass wir mal eben kurz auf die Karten ein bisschen eingehen, damit wir das ja ganz hier auch zuordnen können. Wie eben schon erwähnt, Add-On, Patch, wenn ihr dazu Sachen wissen wollt, guckt euch die letzten Videos an. Hier geht es jetzt um das Schlüsselwort. Das kolossale Schlüsselwort bedeutet, es sind riesige Meeresmonster, die so groß sind, dass sie nicht als eine Karte aufs Feld passen. Deswegen müssen sie zwei, drei, vier, fünf Karten groß sein. Und das heißt kolossal eigentlich. Kolossal bedeutet, so viele Extrateile ruft ihr noch aufs Feld. Also, wenn da plus eins steht, dann ruft ihr halt noch ein Teil. Wenn hier plus vier steht, dann ruft ihr halt noch vier Teile. Das heißt, wenn da plus eins steht, dann braucht ihr zwei Plätze auf dem Board für diesen Diener. Wenn da plus vier steht, braucht ihr fünf Plätze auf dem Board für diesen Diener. Ich nehme jetzt mal stark an, ich würde jetzt behaupten, wenn ihr den Platz nicht habt auf dem Feld, dann könnt ihr den Diener wahrscheinlich trotzdem spielen, aber ihr kriegt halt einfach weniger Teile. Es ist ja euer Nachteil. Ich glaube nicht, dass ihr den Diener gar nicht spielen könnt. Ich würde davon ausgehen, ihr könnt ihn spielen. Aber wenn ihr halt den Platz nicht habt, kriegt ihr das Extrateil nicht und dann habt ihr halt den Bonus nicht. Insofern ist es ja ein riesiger Nachteil für euch. Deswegen würde ich behaupten, es geht. Da bin ich mir aber nicht sicher. Es kann auch sein, dass wenn man den Platz nicht auf dem Feld hat, dass es gar nicht funktioniert, dass man den Diener spielt. Meine Theorie, wie ich es mir vorstellen würde, ist, ihr könnt ihn spielen, aber ihr bekommt halt dann eventuell ein oder zwei Teile weniger. Das wird sich aber mit Sicherheit auch noch bis dahin, bis zum Add-On-Release herausfinden lassen, wie das genau funktioniert. Ja, also kolossal, was da steht, so viele Extrateil ruft ihr. Also kolossal plus eins ruft ihr ein extra. Das ist zum Beispiel eine Druiden-Karte, ein Druiden-Legendary. Jede Klasse bekommt also ein Legendary und das erinnert mich sehr stark an die Primes. Ja, das letzte Add-On, also vor einem Jahr, nee, vor zwei Jahren gab es Brachland. Nee, vor einem Jahr, wann denn jetzt? Nein, die Primes kamen vor zwei Jahren. Mit Scherbenwelt kamen die Primes und daran erinnert mich das ganz, ganz stark. Das waren sehr, sehr coole Legendaries. Jede Klasse hatte eins davon und die haben Spaß gemacht bis zum Ende und waren nie zu OP. Kargas Prime, der coole Worry-Dude, der chargt und zehn Rüstung macht. Moloch, der Pala Prime, der Moloch, der das Board mit Molochs voll macht. Das waren immer starke Karten. Gegen Ende der zwei Jahre wurden sie dann schwächer, wie das halt so ist, von Erweiterung zu Erweiterung wird ein bisschen gepowercreept und dann fallen halt irgendwelche starken, coolen Karten vom Anfang der zwei Jahre, fallen halt dann so langsam raus. Aber grundsätzlich haben viele Primes bis zum Ende einigermaßen standgehalten und die meisten haben irgendwo mal Sinn gemacht. Natürlich gibt es immer ein, zwei Karten, die keinen Sinn gemacht haben. Zum Beispiel der Schurken-Prime wurde nie gespielt. Das ist auch klar. Aber insgesamt waren das coole Karten und daran erinnere mich die. Das sind coole Legendaries. Ja, richtig fette Monster, die irgendwie wieder zwei, drei, vier Plätze einnehmen. Jede Klasse bekommt eins. Und die, die wir bisher gesehen haben, finde ich auch sehr, sehr cool. Wirken aber auf den ersten Blick jetzt auch nicht zu gewaltig. Als wären sie jetzt die Meta-Breaker. Ähm, ja, wir gehen mal eben kurz hier auf die, äh, ja, in die Karten, Kartenliste. Also der Droidebe hat einen 7-Mana-6-5er und der ist immun, während ihr dem Panzer kommt. Also ihr spielt diesen Kollack und dann bekommt ihr halt diesen Panzer. Also Kolossal plus 1 bedeutet, ihr ruft ein zweites Teil. Ihr ruft also seinen Hintern. Der kommt dann aufs Feld. Dann habt ihr einen 5-Mana-08er, ähm, Wildtier-Panzer, der zum einen Spott hat und euch achtet, acht Rüstung gibt. Also es ist eine sehr, sehr coole, theoretisch auch defensive Karte. Ähm, ihr spielt ihn. Es sind sehr, sehr gute Stats. Wenn man das alles zusammenrechnet, für sieben Mana sind es sechs 14er Stats. Äh, sechs 13er Stats. Ähm, die Spott haben, die euch um acht heilen, die einen Immunen-Part haben. Ähm, das als Wildtier noch kombiniert. Das heißt, man kann also auch Wildtier-Synergien irgendwo vielleicht finden. Ähm, das im Droiden, der ja sowieso auch rampen kann. Also Guf bleibt ja auf jeden Fall. Also der auch theoretisch auf 13, 14 Mana kommen kann. Dann kann man mit der Karte bestimmt irgendwas machen und die irgendwie kopieren oder so. Ähm, ist sehr, sehr cool. Also ich mag die Karte, ich mag das mit dem Immunen. Ich finde, ich meine, es darf vielleicht nicht zu viel Immunen geben. Also Onyx, wir haben ja gerade Onyxia, die ich sehr, sehr cool finde. Die ist ja auch Immun. Es ist aber halt auch eine 10-Mana-Karte. Die muss halt auch stark sein. Ähm, jetzt ist die Karte auch mal Immun. Also wir sehen jetzt tatsächlich recht schnell Immun-Sachen. Aber grundsätzlich finde ich das schon okay. Und du kannst ja den Panzer töten, dann ist er ja nicht mehr Immun. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass du dich Immun entfernst. So ist es ja nun mal. Ähm, sollte jetzt aber vielleicht nicht zu viel werden, damit man nicht ständig irgendwie so einen Immun-Diener auf dem Feld hat. Ich denke, dann könnte das auch irgendwann nervig werden. Insgesamt also eine sehr, sehr coole Karte. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht zu sehr auf die Karte direkt eingehen. Wir besprechen die bestimmt nochmal. Ähm, dann haben wir noch hier, um dann halt das Beispiel zu bringen, Immun-Kolossal plus 4 bedeutet, wir rufen 4 weitere Teile. Es ist halt eine lange Seeschlange. Und deswegen haben wir hier so 4 Strünke, also die überall aus dem Körper irgendwo rauskommen. Ähm, und deswegen hier nochmal. Also sagen wir mal, ich habe jetzt schon 3 Diener auf dem Feld. Und ich habe nur Platz für 4 Diener. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den dann gar nicht spielen kann, weil ein Strunk nicht aufs Feld kommt. Das glaube ich irgendwie nicht. Deswegen denke ich schon, dass halt dann so viel geht, so viel kommt wie geht. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir werden das sehen. Ja, 7 Mana, 3, 6. Du rufst noch 4, 1, 2er. Das heißt, auch hier kann man die Rechnung machen. Äh, 4, 8, sind 7, 4. Also für 7 Mana kriegst du 7 14er Stats aufs Feld, die dann noch direkt Impact haben, weil diese Dinger machen ja einen Schaden. Also die schießen random einen Schaden. Ähm, machen die. Das heißt, du hast 7 14er Stats und direkt machst du 4 Schaden am Ende. Das alleine ist ja schon nicht schlecht. Und dann halt noch den Effekt, ähm, wenn irgendwas überlebt, dann bufft er die Dinger und dann machen die halt einen Schaden mehr. Also in der nächsten Runde würden die halt schon 2 Schaden machen. In der übernächsten Runde machen sie 3 Schaden und so weiter und so fort. Aber du hast natürlich auch die faire Chance, dass du sie halt töten kannst. Dann sind es einfach nur viele Stats. Du clearst sie, sie machen einmal 4 Schaden, dann ist das für 7 Mana jetzt auch nicht so übertrieben. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Karte so gut ist. Aber auf jeden Fall hat sie ein cooles Artwork und eine coole Geschichte irgendwie und es passt cool. Es ist auch ein Dämon, also auch hier. Das eine war ein Wildtier, das ist ein Dämon. Insofern Tags sind auch vorhanden. Auch das kann natürlich schon helfen. Auf jeden Fall noch mit Dämon-Kopierkarten und so ein Gedöns. Aber auf jeden Fall sind es coole, richtig fette Dinge da, die halt so viel Platz einnehmen und die einen Effekt haben. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was da Magier und Priester noch bekommen. Magier, Priester, Krieger. Also auch Klassen, die ich halt auch mehr spiele. Droide, Diebenhunter sind das bisher nicht so die Klassen, die ich so viel spiele. Deswegen bin ich da sehr gespannt, welche, was die Klassen, die ich gerne spiele, dann noch für kolossale Diener bekommen. Und es gibt noch einen weiteren, der wurde heute, das ist der Warlock. Gigafin, es ist ein Moorlock. Also tatsächlich, der Warlock wird scheinbar eine Moorlock-Klasse, dieses Add-on. Was man davon halten soll, weiß ich nicht. Acht Mana, sieben, vier. Kolossal plus eins. Also er ruft auch wieder nur einen Teil. Kampfschrei frisst alle Diener auf. Also Devour All Enemy Minions. Also alle Diener, die auf dem Feld sind, frisst er auf. Er kriegt aber die Stuts nicht. Ja, er frisst sie nur, er kriegt nicht die Stuts. Er bleibt also bei sieben, vier. Und wenn er stirbt, dann spuckt er sie wieder aus. Also du spielst den, alle Diener sind tot, alle Diener werden gefressen. Und wenn er stirbt, dann spuckt er sie wieder aus. Aber er hat ja seinen kolossalen Part. Das ist das. Das ist also sein Teil, was mit aufs Feld kommt. Der hat taunt, ist ein 4-7er Moloch und Deathrattle permanently destroy all Minions inside Gigafin. Also wenn der stirbt, bevor der andere stirbt, dann kriegt der Gegner nichts. Also du spielst den Diener, du frisst alles, der Magen spawnt und wenn der Magen dann stirbt, bevor der Haupt-Dude stirbt, dann kriegt der Gegner nichts wieder. Dann hast du also das Board geklirrt und es kommt auch nicht wieder. Sehr, sehr spannende Karte, sehr interessante Karte. Es gibt ja eine Karte vom Warlock, also der Warlock hat einen Moloch, der entdeckt einen Moloch von unten irgendwie und dann kannst du den spielen für Leben. Warte mal, ich muss mal gerade, bevor ich jetzt mir gerade hier völlig, Moment, Lass uns das kurz genau machen, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle. Wo ist er? Da. Also, Dredge, das ist ja die neue Mechanik, die werden wir im nächsten Video besprechen, Bergen, ich glaube das heißt Bergen, da guckst du dir die untersten drei Karten deines Decks an und wenn es ein Moloch ist, also wenn du einen Moloch nimmst, dann kostet der Leben statt Mana. Das heißt also theoretisch könntest du Turn 4 die untersten drei Karten deines Decks angucken. Wenn das dieser komische, kolossale Moloch vom Warlock ist, dann nimmst du den, kannst den für sechs Leben spielen, dann hast du irgendwie 20, 20er Stats auf dem Feld und hast das Board des Gegners gecleared, Turn 4. Also theoretisch Turn 4 kannst du irgendwie 20, 20er Moloch Stats aufs Feld bekommen, zahlst sechs Leben dafür und hast das ganze Board des Gegners gecleared. Das ist, klar, du kannst es dann immer noch Turn 4, 5 halt clearn mit einem AOE oder mit einem Brawl, also Kontrolldecks oder Silence. Nee, Silence bringt nichts. Nee, Silence vergesst Silence, Silence ist Quatsch. Also das ist, also allein da ist jetzt schon eine Kombo sichtbar, die theoretisch machbar ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber auch das, auch, auf jeden Fall ist dieser Gigafin, wo ist er jetzt? Da. Auch eine sehr spannende Karte, sehr interessante Karte. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, muss man einen Moloch, also muss man einen Moloch Warlock spielen dafür, muss man einen Quest Warlock spielen, in was für ein Deck passt der, das ist halt noch gar nicht absehbar. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannende Karte. Also insgesamt diese kolossale Mechanik finde ich grandios, macht mir viel Spaß. Ob die Diener dann cool sind oder nicht, das hängt dann davon, die Mechanik an sich ist großartig, finde ich. Die Diener, die Idee dieser Diener ist cool, ob es dann Spaß macht, die zu spielen und welche Spaß machen zu spielen, das hängt dann natürlich davon ab, wie die Karten an sich sind und bisher sind sie auf jeden Fall ganz okay. Die Warlock-Karte, da bin ich ein bisschen, also finde ich von der Theorie her auch cool, aber mit diesem 1-4-Mann-Diener in Kombination könnte es schon vielleicht nerven, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, den nach unten zu mischen. Ich bin gespannt. Insgesamt finde ich es aber mega cool. Auf jeden Fall auch Karten, die in Golden, die haben goldenen Wert, Leute. Denkt dran, wenn man ruft direkt 2, 3, 4 Teile aufs Feld und die dann in Golden, das ist natürlich goldenes Value, ne? Also, ja, ich freue mich drauf, das ist wirklich eine coole Sache. Ja, wie ist eure Meinung zu den kolossalen Dudes? Freut euch auch drauf. Ja, wir sehen uns zum nächsten Keyword, das ist dann Bergen. Dann erzähle ich euch, was ich davon halte und natürlich auch, was es damit auf sich hat. Bleib gesund, bleib friedlich und bis bald. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mit deiner Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen, um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten, bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Twitch, äh, Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und, ähm, ja, bis dann, Freunde.